Hey Leute, wir sind heute auf dem Pazifika-Festival, dem 25. insgesamt. Das ist ein Festival, wo viele Kulturen aus dem pazifischen Raum zusammenkommen und einfach mal ihre Kultur zeigen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir sind schon gespannt, was wir so erleben. Wir hören hier schon Trommelgeräusche im Hintergrund. Hört sich gut an. Yeah! Wow! 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 Eben gerade waren wir bei Samoa, wir hatten schon mal eine richtig gute Show und jetzt geht es zu Cook Island. Ladies and gentlemen, put your hands together for the girls there from Pacific Ocean Hula. Cook Islands waren irgendwie ein bisschen enttäuschend, zumindest musikmäßig hier. Entspannt waren sie ja, das stimmt. Und jetzt sind wir bei Fitschi. Und jetzt sind wir bei Fitschi. 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 Famage omадakite. Ich möchte mir jetzt ein Tattoo holen. Es gab verschiedene Vogelsymbole und ich habe das Symbol für Treue genommen. Wir sind jetzt einmal rumgegangen, komplett. Haben glaube ich alle Stände soweit gesehen. Alle Inseln. Nachher war es auch ein bisschen das gleiche zum Schluss. Aber was uns noch mal gefallen hat war Hawaii. Die waren ganz gut. Hawaii war richtig gut. Ich denke mal, dass uns die Unterschiede nicht so doll auffallen einfach. Aber für die einzelnen Inselkulturen ist das bestimmt schon ein Unterschied. Ja, das mag sein. Auf jeden Fall war das... Es ist sehr entspannt hier durch den Spring Park zu gehen. So, ich habe es mal gegönnt hier. Wassermelone mit Eis. Sieht sehr lecker aus. Und schmeckt auch gut. Jetzt sind wir gerade wieder bei der Samoa-Bühne. Dann kommen wir dann, was kommt. Dann kommen wir dann, was kommt. So, das war das Tazifika Festival. War richtig gut. Eben waren noch mal zwei verschiedene Auftritte. Und zwar zum einen... Eine tänzerische Performance. Wo, glaube ich, jede Tänzerin eine Insel dargestellt hat. Richtig. Das war Nummer eins. Und der zweite Auftritt war... Ja, zwei Brüder und eine Band dahinter. Haben nur einen Song gesungen. Die am Ende noch mal wieder kommen sollen. Richtig. Aber das war schon mal... War ganz nett. Hat sich gut angehört. Und ja, wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, loszugehen. Es war insgesamt aber sehr schön entspannt. Ja. Relaxend. Sehr gute Atmosphäre, positive Stimmung. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Wir sind froh, dass wir das gemacht haben. Und es war ein schöner Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Aloha.